und aus geht's zur tankstelle alter genau an derselben stelle wo das auto schon mal abgeschmiert ist das hat schon mal kaputt gemacht das hast du ja gar nicht mitgekriegt oder ja der ist genau in dieselbe spur reingeflogen doch fliegt doch da ist irgendwas mit der straße weil du bist nicht der einzige ich bin genauer wie schnell war schon 160